In diesem Film dreht sich alles um Kontenschemata, die automatisch vom System angelegt werden. Diese Kontenschemata sind in der Finanzbuchhaltung Einrichtung eingerichtet. Ich wechsle dazu in die Finanzbuchhaltung Einrichtung und finde dort auf dem Inforegister Berichtswesen die Möglichkeit, ein Kontenschema für eine Bilanz, für die Einnahmen, für den Cashflow und für nicht ausgeschüttete Gewinne hier einzurichten. Diese Kontenschemata, zum Beispiel das M-Bilanz, ist ein unter Anführungszeichen ganz normales Kontenschema. Dieses Kontenschema, das finde ich auch natürlich in den Kontenschemata an. Das war das Kontenschema M-Bilanz. Nur wenn ich jetzt hierher gehe und versuche, dieses Kontenschema M-Bilanz zu bearbeiten, dann erhalte ich einen wahren Hinweis, dass es sich bei diesem Kontenschema um ein automatisch vom System angelegtes Kontenschema handelt und dass ich hier keine Änderungen vornehmen sollte. Das Kontenschema selbst schaut so aus. Es ist hier gegliedert nach Anlagen, nach Verbindlichkeiten und so weiter und so fort. Und diese Gliederung, die wird aus den Sachkontokategorien genommen. Das heißt also, wenn ich mir hier diesen Bereich hier ansehe, hier habe ich Anlagen, dann habe ich Ausstattung und kumulierte Abschreibung. Und diesen Bereich hier, den kann ich jetzt verändern, indem ich zum Beispiel eine neue Sachkontokategorie mir ausdenke. Dazu mache ich folgendes. Ich gehe dazu in die Sachkontokategorien und in den Sachkontokategorien finde ich zum Beispiel unter den Anlagen die Anlagen und Ausstattung und kumulierte Abschreibung. Das ist auch genau die Struktur, die das Kontenschema aufweist. Nun könnte ich hierher gehen und auf Liste bearbeiten gehen und kann hier in dieser Struktur einen neuen Eintrag erzeugen. Zum Beispiel könnte ich hier bei den Anlagen noch die GWGs, also die geringwertigen Wirtschaftsgüter hier mit reinnehmen. Damit habe ich das Ganze hier soweit in den Sachkontokategorien angelegt. Und wenn ich hier diese Funktion hier verwende, Kontenschema generieren, dann werden mir auch meine automatischen Kontenschema da soweit aktualisiert. Das heißt, unter den Anlagen finde ich jetzt hier in den Sachkontokategorien die GWGs. Da sollte ich mir noch überlegen, wie sich diese zusammenzählen, also welche Konten hier dahinter liegen. Und wenn ich mir dann, nachdem ich das Ganze hier aktualisiert habe, das entsprechende Kontenschema anschaue, ich öffne also wieder die Kontenschema da, das Kontenschema M-Bilanz, klicke ich auf Bearbeiten, Änderungen gehen natürlich verloren, das weiß ich schon. Dann habe ich nun hier automatisch, dadurch, dass ich eine neue Sachkontokategorie angelegt habe, das auch in meinem Kontenschema berücksichtigt. Das ist also der Sinn und Zweck der Verwendung von diesen Standard-Kontenschema Mata, die hier automatisch vom System ergänzt werden. Die Einrichtung, welche Kontenschema Mata das sind, erfolgt in der Finanzbuchhaltung und die Informationen, wie das Kontenschema dann gegliedert werden soll. Die Information erhält das entsprechende Kontenschema aus den Sachkontokategorien.